Sean das Schaf und seine Herde wissen ganz genau, wie man richtig Spaß hat. Aber manchmal geraten die Dinge etwas außer Kontrolle. Die Familie wieder zusammen zu treiben, erfordert ein dickes Fell und jede Menge Teamgeist. Um nicht in Schwierigkeiten zu geraten, müssen sie schnell kombinieren. Immer scharf aussehen und stets einen kühlen Kopf bewahren. Denn wer aus der Reihe tanzt, wird schnell geschnappt und wieder eingesperrt. Die Macher von Wallace & Gromit & Chicken Run nehmen euch mit... Auf eine große Reise in die große Stadt. Schorn das Schaf, der Film. März 2015 im Kino